Liebe Kickers-Fans, wir stehen hier im Arbeitsbereich von Cedric Faeser und Manuel Schneck. Die beiden kommen von der U19 bzw. der U23 zum Profibereich. Bitte stellt euch mal kurz vor. Mein Name ist Cedric Faeser, ich bin 19 Jahre alt. Letztes Jahr bin ich hierher gekommen auf die Kickelwalder und fühle mich rundum sehr wohl. Mein Name ist Manuel Schneck, ich bin seit fünf Jahren bei den Kickers und das spricht glaube ich auch dafür, dass ich mich sehr wohl hier fühle. Wir machen ein kleines Entscheidungs-Fragespielchen und ihr antwortet, ich fange mal an, neuer oder bevor? Für mich neuer ist der komplettere Torwart. Was sagst du dazu? Ich schließe mich da an. Auf jeden Fall. Auch neuer. Okay, Elfmeterkiller oder Strafraumbeherrschung? Eher Elfmeterkiller, einfach mein Ding. Bei dir glaube ich nicht so Elfmeter? Auch, aber inzwischen eher die Strafraumbeherrschung. Es ist wichtiger für mich im Spiel und ich arbeite auf jeden Fall auch weiter daran. Frage, Berge oder Meer? Auf jeden Fall mehr. Da kann ich besser entspannen und Sonne und ich bin auch nicht so der Klettertyp, das kann ich nicht. Wie sieht es bei dir aus? Ich brauche immer mehr dabei. Ich brauche einfach die Sonne und das Wasser und Berge ist nicht so mein Ding. Ja dann Action oder Couch? Couch. Dann Playstation oder Lesen? Kein zum Beidem. Gar nicht Lesen, gar nicht Playstation. Ich schaue dann lieber mal einen Film. Wie sieht es bei dir aus? Lesen oder Playstation? Playstation mit der Couch ist am besten zum Entspannen. Auch keine Action? Wenn ich die Zeit habe, dann eher keine Action. Dann die Frage, Stuttgarter Nachtleben oder ADM Sportpark? Natürlich ADM Sportpark. Das ist die richtige Antwort. Wie sieht es bei dir aus? Definitiv ADM Sportpark. Alles klar, wir freuen uns, dass ihr bei den Blauen seid. Herzlich Willkommen. Ich habe die Leute zusammen. Ich habe die Zeit nicht, aber sie hat die Gefallen. Soll ich sie genau wenden. Soll ich sie mich zwei. Ich habe dich. Ich habe mich wieder einmal. Und ich kann es die Zeitplatte很好. Ich gehe mir, soll, ich kannst du das nicht sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017